Mit Smart Layout kommen Sie schneller zum Ziel. Wie? Zuerst ganz einfach per Drag & Drop bis zu 6 Bilder auf die Seite ziehen. Anschließend per Mausklick das Layout wechseln, bis Ihnen das Resultat gefällt. Sie können auch nachträglich noch Bilder hinzufügen. Und zum Schluss ganz einfach für jede Seite wiederholen. Et voila, schon ist Ihr Fotobuch fertig. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Gestalten.